Wir sind die Firma Hobart. Wir produzieren in Deutschland Spülmaschinen, sind Spezialisten für gewerbliche Spültechnik und Kochtechnik. Also, ein ganz wichtiges Thema für uns, dass wir effiziente und gute Lösungen finden. Work smart, not hard ist unser Slogan und das hilft uns natürlich auch jeden Tag bei der Arbeit. Fachkräftemangel ist ein Thema, wir haben die Lösungen dafür. Ganz besonders stolz sind wir auf unsere neue Untertischspülmaschine mit einer Besteckreinigungsfunktion. Damit braucht man das Besteck nicht mehr polieren. Wir haben eine große Bandmaschine hier, die Autoline, auch mit einer neuen Funktion, reduziert Arbeitsintensität. Somit eine sehr gute Lösung für das Thema Arbeitskräftemangel. Der Kundennutzen steht für uns immer im Vordergrund. Wir sind immer auf der Suche nach Lösungen, die unseren Kunden, unseren Anwendern helfen, noch besser, noch einfacher, noch genialer zu spüren.